Let's play FIFA 23, machen wir weiter mit dem Duell gegen Espano Barcelona, der Erste gegen den 16. Und ja, kurz vor dem großen, großen Spitzenduell haben wir dann etwa 36 Tore plus und das wird wahrscheinlich enge werden in der Saison. Und danach geht's gegen Antetico. Gut, auf geht's. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Danach Pokal gegen Villarreal. Also jetzt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich das Double zu holen. Jo, auf geht's. So, ich muss natürlich ein bisschen, ich will natürlich ein bisschen rotieren, weil bis vor mir da tatsächlich jetzt ein bisschen was wegbricht. Das ist, das Spiel ist so wichtig. Deswegen rotiere ich jetzt mal gerade ein bisschen. Aber ein bisschen den Jungs, den Talenten mal ein bisschen die Chance geben. So, ja. So. Einfach mal ein bisschen die Jungs, den Talenten, die ich schon mal ein bisschen die Chance geben. Auf geht's. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das in der Stadio San Mames stattfinden wird. Mein Name ist Rolf Fus, nebenher hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santa Dea. Athletic Bilbao gegen Espanyol. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Da haben wir komplett durchrotiert. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen Sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einlassen. Bis auf den Jungs am Ball ist da keiner mehr in der Stadtformation, die haben jetzt das Spiel gespielt hat. Kriminez zum Beispiel, ein junger Talent, Ramo, ein junges Talent, also viel, viel eigenes Blut dabei. Man ist sich sicher. Man möchte schon, in drei Tagen kommt nämlich Atletico. Und das möchte man einfach nur irgendwie dieses Spiel gewinnen. Und es ist halt ein Abschiebskandidat. Aber man ist sich sicher, man will dieses Ding nach Hause ziehen, nach Hause fahren. Wenn du einen Club wie Barca in der eigenen Stadt hast, Buschid, dann hast du es natürlich schwer. Ja, wie das so ist, wenn zwei Vereine in einem Platz sind. Einer ist komplett im Rampenlicht, der andere geht ein bisschen unter. Ja, so wie Espanyoli. Na dann, auf geht's ins Spiel. Spieltag 32. Wie gesagt, man möchte natürlich seine Hausaufgaben machen. Da ist die Chance. Und da Giri Sabala. Der soll ja den Verein verlassen. Ich möchte, wie gesagt, eigentlich noch ein Talent hochziehen. Der wird ja ein Talent hochziehen oder... Oder halt... Im Idealfall den Spieler zurückholen oder holen. Ramos. Adria Ramos, der heißt wirklich so. ... eine starke Leistung zuletzt beim Heimsieg, als man es mit dem FC Retafe zu tun hatte. Oh ja, Sabal. Der war ja auch durchaus berechtigt. Daran werden sie heute anknüpfen, vermutlich. So, Ecke für uns. Oh ja, Sabal. Ja, viele Spieler sind aufgrund des halt, wie gesagt, des vor mir vorstehenden... Aber er kann erst mal durchatmen. So langsam dürfen sie sich auf die Meisterfeier. Ich bevorste den Top-Team. Wir warten noch ein bisschen. Sie sind noch nicht durch, aber der Vorsprung ist schon groß, keine Frage. Also, Atletico hat auch tatsächlich das Spiel gewonnen haben. Sondern die haben diese neuen Zähler. Sie sind jetzt unter Zugzwang. Wir müssen natürlich so ein Ding jetzt irgendwie nach Hause fahren. Und dann ist es, ich sage, hier ist Sabala. Der hat wirklich verhindert. Also, wie gesagt... Gut, wie gesagt... Der hat viele Jugendtalente drin, Jugendspieler drin. Das ist die kurze Variante. Macht er gut. Block diesen Ball. Und er schießt! Ah, Alter! Ihr spielt gerade nur als Bayern. Aber wie gesagt, es ist halt mir verschuldet, dass wir nur einige Talente dabei haben. Dass wir natürlich nicht mit der vollen Kapelle spielen, ja? Ah, das müssen Sie entschlossen haben. Und dann hast du vielleicht doch nochmal so eine Konterschance. Das ist Petit! 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 Der verhindert. Aus so einer Konterschance müssen Sie einfach mehr machen. Da verlieren Sie den Ballbesitz. Sie kommen jetzt über außen. Der Ball läuft da gut jetzt. Alex. Wie geil. Mit dem Ball am Fuß nach Eden. Hoppala. Das war jetzt ganz, aber es ist gut gegangen. Jetzt ist es Garcia. Jetzt hat er. Keine Abseits. Garcia! Garcia! Nein! Neun Ticken zu spät gezogen. Ich glaube, den haben, ehrlich gesagt, alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Es ist ja nie so, dass da keiner dabei ist, der am Vordergrund schon gespielt hat und getroffen hat. Chancen haben Sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange mit der Führung. Auch jetzt haben Sie Ballbesitz. Sie greifen auf. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Grab aus. Wo soll das denn der denn gehen? Vilke, Elke? Oh, der ist angezeigt, Kulverlänger, 나가. Ja! Das ist eine gute Gelegenheit. ich habe keine gelbe aber freistoß für barcelona für espanol gar sie ja gar sie ja und jetzt ist es dann nicht mal das 1 0 die führung für artetiko da schauen wir uns das tor noch mal anzunehmen ist der wirklich gute passen und dann lässt er sich das nicht nehmen wenn er aus so kurzer distanz zum abschluss kommt oder mit den ersten treffer jetzt könnte das spiel richtig die bahre das war viel zu einfach da geht die nummer 3 überhaupt nicht in den zweikampf kommt überhaupt nicht rein geht gar nicht richtig gut ran die torschütze ramos verzockt sich bild bau dieser partie nur eine minute noch nach spielzeit dann ist ihr schluss ja nur 1 1 und probiert weiter weil wir natürlich hier wie dieses wieder hause ziehen heute oder reißt heute die siegeserie gegen barcelona gegen espanol gemerkt habe ich gesagt noch mal das ist es nur die teilweise echte zusammengewürfelte cbc troppe so gelb jetzt für den kapitel für die nummer vier kamrera ja das geht wohl auch so schauschen wotty das machen sie gut nutzen in dem moment die eine chance die sie vorher nichts zu sehen hier sehen wir sind in der wiederholung das ist gut gemacht sind jetzt also 221 wieder ja ein schönes ding da der nix aus der eigenen jugend in der la liga santa der geht es dann bald weiter für atletik bilbao und das könnte eine richtig gute spiel knapp knapp aber richtig klar das sagen wir die erste moment deutlicher aus der hat das vorhin gemacht natürlich wichtig ist ein echter rückhalt dieser mannschaft und jetzt erleben wir den wechsel da sind sie immer noch sehr gefährlich hat und damit gibt es später elf meter 66 und ja richtige entscheidung ja so mal die 1 66 zu spümminute nach diesem treffer steht es nun 3 1 also man sieht so aus das würde man diese hause ausgaben erledigen pflichtig bars ging bei spagnol und das große im großen spitzenspiel hier den in madrid titel klar machen zu können habe ich sie können den ball abfangen freistoß und das ist eine gute gelegenheit für die gegner das war richtig weil da drauf zu gehen das wird schwer kurz vor dem schluss haben wir hier eine deutliche führung für die gastgeber sie sind überlegen zweitore führung sie machen das immer wieder clever sind sehr stark ich glaube die hohe ecke für barcelona erstmal kommt der ball raus gut geklärt erstmal gutes auge in dieser situation es bleiben hier noch acht minuten ja der hatte bei gut vorbei gelegen verteidiger so jetzt wechseln wir kurz jetzt können wir ein bisschen wechseln so wechseln wir durch vor allem mal wir schauen auf die uhr fünf minuten sind sie du du bist da gibt die ecke da kommt die ecke weiter gefährlich das kann auch mal verlust bedeuten kann auch ganz ganz böse rausgehen es gibt drei minuten nach spielzeit da waren sie zu wichtige aktion go see da go see da gefährliche szene so gerade eben noch geklärt da wäre es fast passiert und diese ball quer pass kriegt man nicht weiter so man gewinnt mit 3 1 egal wie man holt sich diesen drei punkte die man unbedingt braucht darüber dass man im topspiel zu haben und dann wahrscheinlich den titel klar machen es geht heute einer der besten spieler seiner mannschaft wie siehst du das der sieg ist natürlich grund zur freude aber ja man hat auf jeden fall die aufgabe gelöst anstoß und jetzt darf man im nächsten match die statistik ist mir herzlich egal wir haben drei punkte alles andere ist erst mal wurscht so posten eingekriegt ich bitte unterschreibt woanders aber das ist nicht der pt die wir schon ein paar mal gespielt haben wir heute auch wieder in der stadt der nächsten episode gibt es weiter mit dem spielspiel gegen atletico madrid dann kann man den vorsprach 15 punkte ausbauen und dann wäre der titel eigentlich mehr oder weniger unter dach und fach bis dahin und auf wiedersehen und dann wäre der titel